Ich bin für die Legalisierung aller Drogen und ich sage dir auch ganz genau warum. Und mir geht es jetzt nicht um die klassischen Argumente, dass Prävention besser ist als Prohibition, dass Freiheitsstafen und Verurteilungen entsozialisierende Wirkung haben und dass wir eher mit Aufklärung arbeiten sollen, dass man die organisierte Kriminalität bekämpft, wenn legalisiert wird. Nein, mir geht es heute um juristische Argumente. Meiner Ansicht nach ist es nämlich so, dass das Verbot von Betäubungsmitteln verfassungswidrig ist. Eines der wichtigsten Grundrechte ist die allgemeine Handlungsfreiheit, Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Ich kann so lange tun und lassen, was ich möchte, bis ich in Rechte anderer Personen eingreife. Ich kann mit meinem Körper tun, was ich möchte. Ich kann mich schlecht ernähren, kann den ganzen Tag im Bett liegen und 5 Kilo Pommes essen, kann 3 Stangen Zigaretten rauchen und 2 Flaschen Wodka trinken. Ich kann gefährliche Sportarten ausüben, kann Motorrad fahren, kann Kampfsportarten ausüben. Alles völlig in Ordnung und das ist auch gut so. Ich kann mit meinem Körper tun und lassen, was ich möchte. Wenn ich aber einen Joint besitze oder eine Ecstasy-Tablette, dann mache ich mich strafbar. Und das ist mein Riesenproblem. Mit welchem Recht möchte ein Staat mir, den Bürgern, vorschreiben, welche Risiken sie eingehen dürfen und welche nicht? Es geht einzig und allein um ihre eigenen Körper. Und jeder kann seinen Körper Risiken zuführen, wie er möchte. Und das kann jeder freie Bürger selber entscheiden. Und dann kommen die Gegenargumente. Ich greife mal ein paar auf. Ein häufiges Gegenargument, das ich dann höre, ist, ja, es werden ja auch andere Personen aber dann beeinträchtigt und Risiken ausgesetzt, weil dann gibt es ja viel mehr Beschaffungskriminalität. Das ist auf vielen Ebenen falsch. Die sogenannte Beschaffungskriminalität, das heißt, jemand bricht irgendwo ein oder raubt die Tankstelle aus, um sich den nächsten Schuss zu finanzieren. Die Beschaffungskriminalität, also Kriminalität, um Geld für Drogen zu erwirtschaften, fällt statistisch kaum ins Gewicht. Es gibt extrem selten Fälle von Beschaffungskriminalität. Hier ist der Mythos viel größer als die statistische Häufigkeit. Und der zweite Punkt ist, es würde ja nicht mal zunehmen, sondern eine Legalisierung würde der Beschaffungskriminalität entgegenwirken. Abgesehen davon ist natürlich auch die Grundfrage, würde überhaupt mehr konsumiert, wenn legalisiert wird? Also Untersuchungen aus anderen Ländern, die teilweise Betäubungsmittel zumindest entkriminalisiert haben, haben gezeigt, dass eben nicht mehr konsumiert wird. Das heißt, sogar wenn alles legalisiert wird, wird das nicht zu mehr Beschaffungskriminalität führen. In meinen Augen eher zu weniger Beschaffungskriminalität, weil der entsozialisierende Effekt von Strafe wegfällt. Weil die ganzen Horrorgeschichten und Horrorbilder, die jeder irgendwie vor Augen hat, irgendwie der Frankfurter Bahnhof mit irgendwie Junkies, die rumliegen, so und irgendwelche Bilder aus den USA, irgendwelche Zombies, dass diese Personen werden durch Strafe entsozialisiert. Und sehr viele dieser Personen, obdachloser, drogenabhängiger, gäbe es in dieser Form nicht, wenn sie nicht am Anfang ihrer Drogenkarriere vielleicht ihren Führerschein verloren hätten oder ihren Job durch Geldstrafen, Freiheitsstrafen. Das ist das Problem. Wir müssen das Problem an der Wurzel bekämpfen, an der Suchtproblematik und nicht mit Strafe dagegen wirken und mit Strafe dafür sorgen, dass kranke Menschen noch weiter entsozialisiert werden. Mein Lieblingsargument, was oft unter meinen Videos kommentiert wird, ist dann, dass diese Leute oder solche Menschen dann ja eine Gefahr für ihre Mitmenschen darstellen. Quasi aufgrund, keine Ahnung, Psychosen oder Gewalt im Rausch quasi, ist mir dann auf Deutschlands Straßen nicht mehr sicher, wenn jetzt jeder konsumieren würde, wie er lustig ist, weil es legal ist. Gerade das ist nicht der Fall. Also wir haben statistisch und empirisch nachgewiesen, dass insbesondere die illegalen Betäubungsmittel vergleichsweise eigentlich die harmlosesten Betäubungsmittel sind. Also im Potenzial der Fremdschädigung, das heißt, dass andere Personen davon potenziell geschädigt werden, die nicht selber konsumieren, ist Alkohol mit riesen Abstand führend. Und das ist nicht nur statistisch, sondern weil einfach die Substanz selber entsprechendes Gefahrpotenzial aufweist. Abgesehen davon, auch hier ist es meine eigene freie Entscheidung. Und jedes menschliche Handeln stellt irgendwie eine Beeinflussung, Beeinträchtigung oder vielleicht sogar ein Risiko für andere Personen dar. Wenn ich Motorrad fahre und ich fahre am Sonntagnachmittag um den See völlig nüchtern, dann bringe ich eine Gefahr in die Welt. Ich nehme am Straßenverkehr teil. Und wenn wir jetzt mal den Straßenverkehr außen vor nehmen, mit jedem menschlichen Handeln ist irgendwo ein mehr oder weniger großes Gefahrenpotenzial auch für andere Personen verbunden. Egal was ich tue, ob ich jetzt Fußball spiele oder ins Restaurant gehe, irgendwo gibt es immer Überschneidungen mit anderen Personen. Und das ist das, was wir Juristen relativ pervers immer allgemeines Lebensrisiko nennen. Das Leben ist gefährlich und wir werden alle nicht lebend rauskommen. Und das Fremdschädigungspotenzial von Betäubungsmitteln ist empirisch minimal. Schönes weiteres Argument, was wir immer hören ist, ja, ja, aber zum Beispiel Motorradfahren darfst du ja auch nur mit Helm. Und das ist tatsächlich ein relativ gutes Argument. Beim Motorradfahren ohne Helm schädigst du ja auch nur dich selber. Und beim Autofahren ohne Gurt schädigst du ja auch nur dich selbst. Und das ist wirklich ein hervorragendes Argument. Aber die Gerichte sehen ein, dass diese beiden Beispiele, Motorradfahren ohne Helm und Gurtpflicht im Auto, dass diese beiden Beispiele nicht verfassungsmäßig zu lösen wären. Diese beiden Beispiele sind verfassungsmäßig nicht zu lösen. Weil es klassische Beispiele sind, wo man sagt, okay, eigentlich muss das jeder für sich selber entscheiden, weil du eine reine Eigenschädigung betreibst. Du hast ja das grundrechtliche Recht auf eigenverantwortliche Selbstgefährdung. Du kannst selber entscheiden, wie du dich gefährden möchtest und wie nicht. Und die Gerichte behelfen sich damit, dass die Gerichte sagen, ja, wenn du am Straßenverkehr teilnimmst, dann ist es so, wenn du einen Helm trägst oder im Auto angeschnallt bist, dann erhöht sich die Chance, dass du bei einem Unfall bei Bewusstsein bleibst. Und du hast ja im Straßenverkehr, wenn du teilnimmst, dann die Pflicht auch erst Hilfe zu leisten im Falle eines Unfalls. Und dann wärst du quasi, dadurch, dass du jetzt ohne Helm vielleicht sofort bewusstlos bist oder stirbst, kannst du nicht mehr helfen. Und damit gefährdest du andere im Straßenverkehr. Und diese Argumentation finde ich tatsächlich richtig, weil wir sprechen über den Straßenverkehr. Und wenn ich mich in den Straßenverkehr begebe, dann gelten durchaus etwas andere Regeln, als wenn ich jetzt zu Hause auf der Couch sitze. Der Staat könnte mir jetzt nicht vorschreiben, dass ich mich zu Hause auf der Couch angusten muss oder dass ich, wenn ich in die Dusche gehe, einen Helm tragen muss. Das wäre absolut verfassungswidrig. Und dasselbe ist in meinen Augen der Fall bei den Betäubungsmitteln. Weiteres Argument, das ich immer höre, ist, ja, aber diese Leute, man meint quasi Personen, die abhängig sind, Personen mit Substanzgebrauchsstörungen, Drogensüchtige, dass diese Leute dann ja quasi nicht mehr wissen, was sie tun und in der Sucht so gefangen sind, dass sie ja keine freie Entscheidung mehr treffen. Du hast dann kein Recht auf eigenverantwortliche Selbstgefährdung und kein Recht auf allgemeine Handlungsfreiheit, weil diese Leute ja nicht mehr eigenverantwortlich handeln, weil sie ja quasi nur noch von der Sucht gesteuert sind und eben keine rationale Entscheidung mehr treffen können. Das ist falsch. Welchen Risiken ich meinen Körper aussetze, ist meine freie Entscheidung. Und ich habe ein Recht auf eigenverantwortliche Selbstgefährdung. Wenn du mit Leuten aus der Suchttherapie, Suchtberatung oder mit Personen mit Substanzgebrauchsstörungen, also Süchtigen sprichst oder ehemaligen Süchtigen, das werden dir die allermeisten bestätigen, dass natürlich eine freie Willensentschließung noch gegeben ist. Und gerade das ist ja der Kern der allgemeinen Handlungsfreiheit. Und dann kommen wir auch schon weg von den verfassungsmäßigen Argumenten. Ein schönes Argument, das wir immer hören, ist dann, ja, aber diese Leute, die Personen mit Suchterkrankungen, Substanzgebrauchsstörungen, die liegen ja dann quasi uns rechtschaffenden Bürgern auf der Tasche, weil sie dann ja auch Krankenversicherungsbeiträge abkassieren und die ganzen Behandlungskosten, die die dann ja brauchen. Und das belastet dann ja quasi das Gesundheitssystem. Und dann müssen wir rechtschaffenden Bürgern auf die Zahlen, dass irgendwer konsumiert. Das ist evident falsch auf zwei Ebenen. Erstens, die Kosten sind tatsächlich sehr überschaubar. Also im Vergleich zu, jetzt ist gerade Oktoberfestzeit, im Vergleich zu den Kosten von Alkohol sind die Behandlungskosten bei Betäubungsmittelüberdosierung sehr, sehr überschaubar. Und abgesehen davon, dieser Vergleich zählt nicht, weil das Gesundheitssystem ist für alle da. Und es gibt einfach keine Differenzierung im Gesundheitssystem. Es ist nicht so, dass derjenige, der Motorrad fährt, dann seine Behandlung selber zahlen muss, weil er ein Risiko eingegangen ist. Oder derjenige, der Fußball spielt, der zahlt seine Behandlung selber, weil es ein riskanter Sport ist und sehr verletzungsanfälliger Sport. Oder jemand, der zu viel Alkohol trinkt, zahlt seine Behandlung selber. Das ist gerade nicht Sinn und Zweck des Gesundheitssystems. Auch jemand, der sich sein ganzes Leben extrem falsch erleert und zwei Stangen Zigaretten pro Woche raucht, der wird genauso behandelt. Und dessen Krankenkassenkosten werden genauso übernommen. Und da ist der Fehler. Warum gibt es die Differenzierung? Warum soll er überhaupt differenziert werden? Und dann sind wir im krassesten und in meinen Augen unangenehmsten Argument, das tatsächlich ich oft höre unter meinen Videos und was oft kommentiert wird, und das ist die staatliche Fürsorgepflicht. Quasi der Staat hat dafür zu sorgen, dass es den Bürgern gut geht und deswegen soll der Staat geschützt werden vor Betäubungsmitteln oder der Bürger soll geschützt werden vor Betäubungsmitteln. Und deswegen wird dem Bürger Resitz von Betäubungsmitteln verboten, damit er nicht konsumiert, um ihn zu schützen. Und das ist in meinen Augen das trügerischste Argument, weil Fürsorgepflicht klingt ja erstmal spitze. Also je mehr Fürsorge der Staat für seine Bürger betreibt, das klingt doch sehr gut. Also je mehr Fürsorge der Staat betreibt, desto besser, müsste man meinen. Aber was ja gemeint ist, ist, dass dem Bürger Entscheidungen abgenommen werden. Das heißt, dem Bürger wird vorgeschrieben, was er konsumieren soll und was er nicht konsumieren soll. Und das ist keine Fürsorge. Das ist Prohibition und einfach eine rechtswidrige Einschränkung von Grundrechten. Nicht mehr und nicht weniger. Der Staat hat sich aus meinem Privatleben rauszuhalten. Was ich in meinen eigenen vier Wänden tue, geht dem Staat nichts an, solange ich keine anderen Personen gefährde. So einfach ist es. Das hat nichts mit Fürsorge zu tun. Das ist einfach nur Prohibition, Einschränkung von verfassungsmäßigen Bürgerrechten. Und jetzt werden sich einige wahrscheinlich fragen, ja, wie geht das dann überhaupt? Wie kann denn dann tatsächlich Betäubungsmittelstrafrecht existieren, wenn es die allgemeine Handlungsfreiheit gibt, so wie ich behaupte? Es funktioniert so. Der Konsum alleine ist nicht strafbar. Das heißt, der Konsum selbst ist nicht unter Strafe. Weil das dem Gesetzgeber durchaus bewusst ist, dass er den Konsum nicht verbieten kann. Aber alles andere, was mit Betäubungsmitteln zu tun hat, ist verboten. Besitz, Erwerb, Anbau, Herstellung, Handel treiben, Abgabe, Veräußerung, Einfuhr, alles Mögliche. Das ist alles strafbar. Aber der Konsum nicht. Weil dem Gesetzgeber bewusst ist, dass das verfassungswidrig wäre. Wie geht das denn dann? Warum kann denn der Besitz zum Eigenkonsum strafbar sein? Der Gesetzgeber behilft sich da mit der Krücke, der sogenannten Schutz der Volksgesundheit. Volksgesundheit. Es geht um die Volksgesundheit. Das klingt etwas grenzwertig und ist es in meinen Augen auch. Weil, was hat dein Konsum zu Hause auf der Couch mit der Volksgesundheit zu tun? Du bist ja Herr über deinen eigenen Körper und du bist ja nicht die Volksgesundheit. Es geht darum, dass der Staat, die Bundesrepublik Deutschland, dich persönlich, wenn du im Besitz von Betäubungsmitteln bist, unter Generalverdacht stellen. Weil der Staat sagt, ja, jemand, der im Besitz von Betäubungsmitteln ist, der gibt ja potenziell auch an andere Personen was ab und dann ist die Volksgesundheit in Gefahr. Und das ist in meinen Augen extrem falsch. Es ist einfach Prävention besser als Prohibition. Ein verurteilter Besitzer von Betäubungsmitteln oder ein verurteilter Drogenhändler oder was auch immer, macht die Welt nicht besser. Das Einzige, was er macht, ist eine Person zu entsozialisieren. Und warum darf ich Philip Morris Aktien besitzen und damit Geld verdienen? Es darf aber niemand Gras anbauen und das weiterverkaufen. Warum?